Ich kümmere mich um das ganze Recruiting bei der Firma Steinbach. Das heißt, im Detail schaue ich, wo braucht es wieder neue Leute, wo muss etwas nachbesetzt werden. Ich schaue dann, wer zu uns passt und kümmere mich dann auch um die neuen Leute, wenn sie da sind. Ich schaue, dass wir als Arbeitgeber präsent sind am Markt. Arbeit ist bei uns nicht nur Arbeit, sondern geht darüber hinaus. Es ist wirklich so, dass man sich oft nach der Arbeit noch trifft auf einen Spritzer oder einen After-Work-Drink. Dazu bietet sich unser Poolhaus perfekt an, ist unser eigenes Lokal. Das ist so der Hotspot und der Treffpunkt für alle Kollegen und Kolleginnen. Das ist eigentlich das Allerschönste, da zu arbeiten, ist dieser Team-Spirit. Da haben sich schon sehr viele Freundschaften gebildet und die Freundschaften werden auch in unseren Betriebsausflügen gestärkt, wo wir jeden Sommer und Winter gemeinsam wegfahren und einfach ein paar coole gemeinsame Tage miteinander verbringen.